Hey, da ist der König. Du bist mittlerweile schon bis zu Folge 5 gekommen, das freut mich natürlich. Danke für den Support. Wäre voll cool, wenn du ein Abo und ein Like da lauscht und dann starten wir schon in die Folge. Kannst du in die Werkbank gehen? Nein, nicht. Aha, was ist aber in der Haltzwerde? Du kannst die andere, ich bin extra zu Wap-Out. Achso, die zweite. Okay. Und die andere? Oh! Hä, aber die ist ja... Ah nein, die ist mehr. Hoi. Besser. Ja. Und der Z-Bonus. Aber... Hat die einen Z-Bonus? Ja. Knochenschutzrüstung, 4 von 4 gibt maximale Gesundheit um 8 und die physische Kraft um 2. Hä, weil die Neue gibt gar keinen Z-Bonus. Ja, die Neue hat keinen Z-Bonus. Nein, es ist Oberteil, Handschuhe... Oh, wenn Robert Hover hat, hat sie auch können. Ich weiß nicht, ob die denn überhaupt so smart ist. Vor allem da fallen noch die Schuhe. Also, ich muss sagen, ich habe meine Verkauft. Also meine vorige. Ja, ich habe 222 Leber dafür. Ich bin Stufe 27. Ich habe 219 Leben. Also... Hey, du hast einen Umhang. Ah ja. Oh weh. Ja, dann kannst du normaler Reiseumhang gibt da. Zwölf Gesundheit und Sonnenwiderstand. Ja. Aber es gibt schon mehr Gesundheit allgemein. Ich baue die Stiefel an und ziehe es, ja. Ich habe auch noch mal ein paar Wehen. Das hast du mit den Alten einfach in die Restruine geschmissen. Aha. 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 Der Verschlinge. Der Verschlinge. Der Verschlinge. Der Verschlinge. Der Verschlinge. Ja, ich würde sagen, man könnte noch mal zu der Banditenbasis gehen. Mhm. Und dann? Der Verschlinge. Der Verschlinge. Und dann ein bisschen weiter nach Westen. Wir müssen jetzt effektiv Zittotschlager. Ne? Ich schau grad, wie viel... Bei dem Staub denken wir noch an. Ah, nur vier. Da bricht man mehr ab. Okay, schade. Wir können uns da wieder paar Ratten mit gerne. Zur Not. Hm, die Gerberei hat man gar nicht nachgefüllt. Ach. Super. Ich fülle da grad noch schnell die Sachen nach. Ja, passt gut. Weil die Gerberei war nimmer am Arbeiten. Da haben wir keine leeren Prozesse. Ah, das gehört nicht. Na, unser Sägewerk war quasi nimmer am Sägen. Ach. Mühle ist am Mühlern. Ja, man kann auch den Stein, der hat man schnell ab. Dann verfolgen wir mal den Erol, aber ich weiß nicht wohin. Wo soll's denn das anzeigen? Auf der Karte zeigt das nicht alles. Es zeigt immer nur so eine rote Blutspur an. Ja. Die die richtige Richtung anzeigen. Zwar nicht die GPS-Richtung, sondern der direkte Weg. Ja, ich kann nicht. Ich lasse mich leiten. Da ist die Bogenschützin gammelt mittlerweile schon vor unserer Base, oder was? Ah, die will's wohl nochmal. Wie ist's? Wie ist's? Wie ist's? Wie ist's? You wanna fight? Aha. Ach. Wir spielen, wir spielen da Bogen geben, Bogen. Ebeninig rennt. Wie ein richtiger Eierkopf. Wie ist's? Wie ist's? Ah, das ist so oft in Dicke, rechts. Der ist so oft in der Bogen. Jetzt schieß sie um im Bogen. Okay, sie macht, glaube ich, mehr Damage. die langen buchten der zum schüsse es gibt es ja das kann ich mit zähne abwehren ok gut ich finde einfach das spiel besser oh sonne Wo ist sie denn? Warte. Ich glaube es bringt zwar nichts mehr, weil wir es immer nicht extrahiert, aber... Na, das Blut ist voll. Ah na, okay. Ah ja, man kriegt ganz viel Gratisholz. Ähm, ich muss mal healen. Ich muss das wieder ändern. Also der Froschpfeil... Warte. Ah ja, eigentlich wollt ihr den anderen aufspülen. Werden so haben wir jetzt? Ja, den... Ich würde vergessen. Nicht der Vorarbeiter, sondern der Nächste. Der Minenarbeiter. Oh, da ist ein Baum. Ja, willst du den? Na, na. Ah, da ist ein Baum und ein Gole. Beide, die sag ich dann an. Na, leider nicht. Muss man drichten. Ja, ich weiß das auch noch nicht. Spontan anscheinend. Aber ich glaube, er da habe. Äh, äh. Kaschabelspringer. Ja. Wuppa! Jetzt da drüber. Ja, der Kutter mal oder... das Heer. Endlich wieder der Image. Da bin ich in 12%. Die Armen bauen sich da immer so coole Hütte und dann kommen wir. Sie bauen sich jeden Tag neu auf. Ja. Was den wir überstehen machen wollen. Was? Jetzt kommen wir ganz mit im Game, okay? Ja. Wir schaffen es nicht. Und dann so. Da wäre ein Baum. Oh ja, er kämpft gegen die anderen. Wir machen 3 Damage. Ja, ja. Der Boss ist aufwärts da anscheinend. Das kommt mal aus der Wand. Okay. Oh, wie kommt denn das? Ich wollte gerade zeigen, manche das healt mich. Weil es grün war, aber... Aber... Das war mir schon klar, aber... Das war nicht klar, dass das über die ganze Map geht. So, Justus Jonas, der Vorarbeiter. Wo bist du? Ah, da. Nach links anscheinend. Ja, ja, 12 habe ich, ja. Oh, und ich sollte mich sowieso wieder malieren. Wenn du mit der Maus über die Gegner drüber fährst. Ich habe es gerade gesehen, ja. Ja. Der Alphawolf. Ah, der gibt gar nichts. Wir machen es nicht. Ah, wie Blut. Wir machen es nicht. Wie Bugs. Wie Bugs. Gibt der Ba... Der Baumblock da. Schlupi. Ach. Eigentlich müsste es so, äh, V-Dinger suchen und sie dann irgendwo ane locken, wo so voll viel Kupfer... Boah. Erhöhter Ressourcenantrag, erhöhter Schaden gegen Ressourcenobjekte, erhöhtige Lobgeschwindigkeit... und eine Chance für drei Prozent zum... Au. Eine Chance für drei Prozent der Ressourcen direkt zum Zerstören. Ok. Ja. Ja. Ja, Waterblock. Achso. Oh, wir müssen nach rechts. Unsere... Unsere Blutspur kommt woanders. Nimm nun 60, der Tergior, der rechte. Ja. Ok. Da war schon so... Nice. Hat er mich ausgeriechselt. Bei wenigstiger Schwindigkeit, Waffen-Crit-Chance und reduzierte Abklingzeit der Reisefähigkeit. Ah, nice. Oh, nice. Ja. Er ist zackt auf den Hügel da rauf. Also... Ja, bei mir kommt er. Ok. Ja. Die Kim... Ja. 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 Ich hab grad... Lacked. Mach mal lagts dubioserweise. Ein bisschen. Willst du den noch, oder mach mit der anderen? Mach mit der anderen auch schon. Ja, bitte. Wie klassisch, wenn ich... Ja, schon. Ich wär'n 32er Crit gehen. Ja. Klassisch, wenn ich am Skufo hinten drucken will. Wird's auf mich geschossen. Oh, ich hab' sondergehe... Ich hab' einen Bruch für bessere Handschuhe. Hm. Dann gehen wir da rauf, oder? Äh... Ja, warte. Du... Mich grad healen. Ah, ja. Wenn das jetzt da ein wilder Bossfight wird. Wenn man dann auch verzaubertes Gebräi. Ja. Was hab' ich noch so? Aua, was eine Flasche. Nice. Was ist das denn? Wer wird's anscheinend? Ist der Herr nicht wieder Gold? Da ist ein... Bär. Ah, er hat sich grad schlafen geklickt. Perfekt. Hey, bist du gemein? Ja. Weg, dann weg. Guck mal schnell. Oh, ist ja der andere. Äh... Da wird er in die Richtung anscheinend. Hoppa. Ich bin auch weggesprungen hier. Ah. Da sind noch Blumen. Zack, wird er da rauf. Ups. Oh, da ist ein Bock. Ja. Da ist ein Stein geholt. Du mal nix, du mal nix, du mal nix. Du mal nix, du mal nix, du mal nix. Ach. Ja, aber ich hab' ein bisschen eine Tasche drückt. Ich hab' das sofort gedrückt. Ich hab' das sofort gedrückt. Und hab' ihn erst eng gesehen und blüter weg. Hey, jetzt hat's ihn auch... Ich glaub' der ist da drinnen. So, in einem Gebiet da. Ist das das, was wir noch eh nicht können? Ah, aber nicht eine Kupfermine. Deshalb gibt's ihn. Kupfermine, Kupfermine. Ah. Hallo. Oh, der hat 39 geh. Also, ich hab' 93. Du hast schon mehr. Aber vielleicht ist er lieber Schurke anstatt. Ah, ja. Anstatt im Moment bin ich Bauarbeiter. Ah, okay. 97% Bauarbeiter ist jetzt nicht so krass. Ja, dann ist er Krieger 3, Papa... Oh, da, der darf Krieger 49. Wir sind so dumm. Huaaah. Jetzt bin ich 49% Krieger. Was war das? Oh, gnadenloses Kupferschwert. Cool. Einmal ein besseres Krieger. Ach, guck mich. Ach, wann haben wir da? Ah. Ach. 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 Ach, das wär auch dann, das wär'n Eingang Oxider. Ach, da vorne geht's wahrscheinlich in der Abel. Aber hinter uns kann man nicht so wäschigen. Du kannst mit f normal abbrechen zum normal abbrennen aus versehen wohl eigentlich nur ein item offen ja ich finde ja brutales zügig verstärkte Knochen, verstärkte Knochen, dann kann man da vorne links in die Hölle hinein, oder halt in die Ruhe hinein. Hallo! Wie dunkel ist das? Oh, eine gute Truhe schaut aus. Nach einer wilden Truhe aus. Ein roter Rubineständer, zweimal Steinkörper. Ich glaube wir nehmen alles mit. Ich glaube da hinten ist ein Kupfer oder? Na kommen schon welche. Servaaas! Na wow, ich hab gar nix an den Hintergrund stoßen. Farming Simulator. So. Kupfer Kupfer Kupfer. Naja da ist noch ein Schreckbild. Ah, ich hab die Höllentrompete fadschen mitgenommen. Mein Inventar ist voll. Lass mal, lass mal schauen was du hast, was ich nicht hab. Ja. Mal kurz das Kupfer abbauen. Also, ähm, ich hab Kupfererz, ich hab die Höllenkriegstrompete. Ja, ich hab noch 5 Slots frei. Ah, da ist noch frei. Mhm. Wahrscheinlich jetzt kleine. Ah, Silber im Gepäck. Haha. Hallo, ich bin ein Hilfsarbeiter, man hat mich vorhockt, ob ich aushelfen kann. Ja. Alles nehmen. Schade, dass man die nicht versklaven kann und dann arbeiten sie für andere in der Kupfermine. ja und da unten wird wahrscheinlich denn der boss oder in meinen karts kannst du Ah ja, da unten ist er, glaube ich. Ja, da, da, der mit dem Wiese. Wiese Tanktop, der alte Tanker. Hey Erol, oei oei oei. Er ist so befantig, äh lächerlich. Oh, auf. Er macht zwar kein Damage, aber er macht coole Moves. Komm. Oh, amal hat er jetzt aber 27, gerne. Ah, der holt auch wieder Kollege. Ich glaube, das ist ein Klassiker in dem Spiel. Ja. Ah, das explodiert erst im Nachhinein. Nice. We did it. Hi Skill. Hallo Erol. Vielleicht waren wir da schon ein bisschen zwitt. Oh, das ist smarter. Hoi. Ich hätte mal vorher schon wieder her können, ja. Oh, Inventar voll. Okay, dann müssen wir jetzt ein klein schauen, was du hast, was ich nicht habe. Mhm. Oder was ich auch habe und wo wir dann... Ich habe mal Kupfer viel dabei, Lehm habe ich viel dabei. Ja, warte mal, Lehm kann ich auch hier. Okay. Roher Saphir. Also, und roher Rubin. Äh... Roher Rubin habe ich auch. Amethyst habe ich auch. Dann gebe ich da mir noch. Mhm. Ähm... Edelsteinsstaub nehmen wir auch mal mit. Okay, ich habe jetzt wieder zwei Freislots. Ich brauche einen Freislot. Kupferbahn. Ja, nice. Da kriegen wir jetzt unsere Kupferbahn schon her, dass wir... Ja, dann können wir eigentlich alles machen. Ich glaube, das macht eh der Kupferhammer als nächstes Sinn. Oh. Das ist noch ganz frett statt neu. Nämlich... Chaos. Das Nachbeben. Schlage auf den Boden und verursache einen Bodenriss, welcher nach kurzer Zeit ausbricht. 125% magischen Schaden über ihm und Chaos Brand verursacht. Ja, Gottes. Mhm. Aber der Doppelschuss, wo 200% macht, das ist einfach mehr. Ja, machen Reifen mit dem. Ja. Aber so triffst du halt alle, wo in deinem Werk steht. Ja, aber die bewegen sich so, die ganze Zeit her. Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Da immer wieder mal herkommen. Ja, ich glaube... Oh, die Kiste haben wir auch noch. Oh, da ist auch noch. Oh, da ist auch noch. Hast du noch Tierhaut? Oh, da kannst du alle mitmachen. Ja. Ah, da ist ein Dämmerungsschnapper den. Ja, falls er Platz hat. Und vom Steinstaub haben wir auch noch ziemlich viel. Ich hau den raus. Den haben wir selber ja von loter... loter Steinemühlen. Oh, das ist ja Tag. Ähm... Ja, dann gehen wir zurück, oder? Ja, dann müssen wir in den Ahnen. Ah, wieder nach... Einfach nur nach Osten. Ey, Mann, ich hab damals gelesen, dass es irgendwann mal auch in der Feder muss verwandeln kann. Nice. So, wir bin ja auch nicht. Mann, es macht schon Sinn bei einem Vampir-Spiel. Wahrscheinlich, ja. Und links von uns ist, glaube ich, noch die Höhle, oder? Ah, nein, nur Lager einfach. Okay, nein. Widerlich. Widerlich. Ja. Ja, ja. Meter durch, so wie krass ich bin. Vor mir haben sich die Pfeile gekreuzt. Haha. Wenn er da wild kämpft. Sind auch schon fast so wie wir. Haha. Ich glaube, das Ganze auf einem PvP ist aber einfach nicht. Das ist einfach nicht so witzig. Auf einem PvP-Server. Cool, dass das nur... Nur... ... falls du überrennt wäre. Ja. Auch wenn alle gleichzeitig starten, blockierst du die, glaube ich, so gegenseitig. Aha. Ja, dann halt einfach hier, wo... Weißt... Ja gut, wenn ich dann mal Zeit habe und die ganze Arbeit... Die E-Gläser hast. Ja, und in das Spiel investieren. Achso, ja. Weißt ja nicht, oder? Dann... Ist okay, wir spielen jetzt... Jeden Abend alle gemeinsam. Ja. Weißt was? Mann, schau. Es gibt in jedem... Spiel ein paar Süchtige, die... ... einfach... ... viel Witter sind. So ist es halt. So, ich befülle mal... ... schon mal den Schmelzofen wieder. Boom, boom, boom. Sägewerk. Die Mühle. Jetzt passt nicht mehr mehr hin. Mal hin. Sie ist ausgeschmolzen. Kann man schnell überall Bestand übertragen. Hallo, wir nehmen den Teich noch voll. So, können wir da jetzt mal zurücklernen? Ja, da schauen wir mal in die Werkbank unser... ... Kupfer. 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 Pilz. Wo hessen die KupferEN ziemlich stammt? Haben wir noch mal mit'n Leder gemacht? Leder ist... Die Rüchtung schaut aber Kul aus. Ne. Da, drei Rüstungsteile. Was brauchen wir da? Okay. Wenn am Forschungstisch auf die Rüstung gedacht... ... steht darunter für die Rüstung, wo stammst du... ...die Rüstung. vier leder rauer faden kupfer barren und die wäschte was man schon gemacht und das ist quasi nun upgrade ihr hätte aber wieder ein z bonus machen wir da geschieds lager an die bauern ich nehme jetzt noch mal 79 papier und forsch nachschlusser forscher hauen lagerregale was aber vielleicht werden sie halt schmal an der wandschein bei dem montage 100 prozent ersetzt ich glaube noch nicht so lange bauter aber wenn du siehst du mir verklickt jetzt kriegt für das kriege nur 75 zum beispiel schmales bücherregal oder oder schmales bücherregal vornehmen hier konto fahrer wie die uhr schauen nachdem man schnitzel für was gibt es einen stand spiegel mir sendet uns doch gar nicht wo man schon oldschool sie findet davor nehmen also ich wäre schon für oben oder bärst du für vorne also ich finde das gott mit die lässige ja wo es hat ziemlich viel kupfer acht waren aber eine vier tücher irgendwo mann das kaste oder machen da sind noch vier denn ich mache dann reiseumhang ok 1 2 richtig richtig cooles outfit bretter sind eine werkbank 60 oder so haben wir denn alles alle wände an die türen oder ist dunkel war ansprungen und ein steinsark bin ich muss immer zuerst haben wurde es zu gestern beim spiegel kann stehen steinsark bruch 20 ziegel und sechs grabstaub dann hätte ich gern was sind ob mir ja ich glaube dann habe ich dann das erste dinge hier aber nur aber nur kann man grabstaub herstellen der mühle aus 100 knochen aber haben wir noch knochen 500 8 man da bei der ratten messclub da sind 500 gestohlen gibt's halt nix für hunderttausenden hast du die steine aus der nirma kurz was oder hast du gar keine mit in ja danach kannst du wieder in die steine nebelfeuerschale schon noch ein bisschen was denn jetzt müsste alles machen so kupferkeule die können wir noch hat sich hervor 15 kupfer sind nur noch den aber du kannst auch noch was du willst mit dem rest jetzt macht er wieder steinziegel das kupferschwert und dann das gnadenlose wir haben auch nur eins übertragen irgendwie ganz glaube unter da ist immer so eine kleine legende und die tasche nur aufteilen ein wenig mit lehrter stecker so auszuwerfen Schade. Was? Ich brauche einen Leifstein. Das ist nicht viel, acht Stück. Aber gut, dann habe ich jetzt mal ein Kupferschwert. Kann das nochmal für einen Zweiten? Ah. Vielen Dank. Das ist gut, dass wir die Kupfermini gefunden haben. Ja. Das ist egal. Das sind jetzt sieben Grabstaub drin. In der Herstellungstour. Ja. Acht. Dass wir können wieder zwei Steinsäge machen. Vorgesprochen wir überhaupt zwei. Ich glaube schon. Aber wir können doch noch einen Stein sagen wir halt. Ja. Wir nehmen mal das und das. Was sollen wir da reinbauen? Da, auf der Seite tätig ich den Bauern. Wir können ihn da auch in die Mitte platzieren. Dann wäre ich das wurscht. Du kannst schon oben links jetzt bei Anspruch und drücken, ne? Äh, das ist ja ja. Ah, na. Ah, nein. Steinsack binden. Okay, ja. Dann musst du auch noch. Was hat der gekostet? Sechs Grabstaub, okay. Was? Der müsste jetzt ja nochmal sein Ding auskommen. Oder? Was nochmal sein Ding aus der Kuh? Ja nochmal sein Grabstaub. Teil. Da kommen noch zwei raus. Außer du hast noch sieben Knochen. Dann sind es vier. Und da, da ist keiner mehr den vier haben wir. Hä? Aber wir haben, wir haben nur gekämpft. Wir haben, wir hätten nur, da sind nochmal vier denen. Ah, okay. Dann haben wir acht. Ja, dann. Und dann müssen wir an die Nassau machen. Nein. Der Diener sagt, bräuchte 16 Bretter, verbesserte Blutessenz und acht Kupferwaren. Was ist eine verbesserte Blutessenz? Da wird es. Auf jeden Fall ab's dir schlaufe. Auf jeden Fall ab's dir schlaufe. Außer. Was für, was für Dinger Brümer? Besser für Blute sind. Ja. Okay, da brauchen wir vier unbeflecktes Herz. Wir haben fünf. Ich glaube. Das unbefleckte Herz kriegst du einen Eilis von der Bosse. Ja. Fressen wir das doch gleich. Stimmt, wir haben fünf. 2 Minuten 30. Ja, gut. Du hast da jetzt alles umgeführt. Ah, ja, okay. Ja. Puls und Stein. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum. Boah, legen wir Fuss an Fuss. Naja. Fürstle. Wehe, du hast kalte Fürstes Magenikian. Okay. Da wird geschmolzen und gezimmert. Und gesägert. Das hat sich schon wieder viel da. Und ich hab den nächste Boss schon aktiviert. Mal die Richtung. Was? 10. 30. 40. Ja, 45. Gupferbahn ungefähr. 47. Gupferbahn kriegen wir jetzt. Nicht schlecht. Ja. Wenn das fertig ist. Und dann jagen wir in dem Fall den nächsten Boss. 2. Ja, antworten. 3.